Willkommen zurück zu WAKLIKEN meine Freunde ich bin Alfie Robo und ja ich habe gerade schon versucht aufzunehmen so richtig zwei katastrophale, obwohl die eine war eigentlich ganz okay die Runde, aber die zweite war mega katastrophal und zum anderen ist meine Aufnahmedatei nur am Ruckeln gewesen, warum es los ist irgendwie hat OPS-Seite macht da irgendwie ein bisschen ein paar Probleme bei mir, denn so wollte ich ja bei der Stradio Videoaufnahme schon zwei Folgen die ich nicht verwenden konnte an sich, also ich musste sie halt saven und dadurch ist die Quali rapide gesunken, so jetzt habe ich es oh mein Gott und eigentlich wollte ich das Video einfach nur machen so ein bisschen erzählen was jetzt immer am Fuß ist, mein Fuß der wurde jetzt ein bisschen aufgemacht also an der Stelle wo der Beule war und ja wow, Schläge und ja das Ergebnis war das irgendwie so ein bisschen Gel, Gelee drin war, das sah echt widerlich aus, aber ich beschreibe euch das nicht weiter, das war halt so dick von der Konsistenz ja das. Ja und jetzt habe ich heute 13 Tage noch meinen Termin, er guckt sich das dann an und entscheidet dann ob operiert werden muss oder nicht. Ich bin jetzt auch noch erstmal ein bisschen krankgeschrieben, aber weiterhin, also bis Wochenende jetzt noch, also wenn wir die Folge raus und wirklich wieder arbeiten, wunderbar. Ja und äh, ja ich hoffe einfach dass das jetzt war, aber wenn ich ehrlich bin, ich bin jetzt schon über die, ich habe ja jetzt Verwandt an, vielleicht ist es einfach nur der Verwand oder so, aber wenn ich jetzt da schon wieder hinfasse, dann merke ich schon wieder eine kleine Beule, das gefällt mir gar nicht. Oh ok, dann fick du halt, danke, glaube ich wenigstens Volledge bekommen, nice. Ja wie gesagt, das ist einfach die Sache, was man heute dann abgeht. Und ich glaube ich lasse heute auch nur eine Runde drin, denn einfach, weil ich jetzt schon die ganze, weil ich jetzt schon zwei Runden aufgenommen habe, die einfach nur Bullshit waren, weil ich einfach jetzt die Kämpfen habe, um mich zu labern, weil ich mega abgepisst bin wegen der Runde, dass ich ja vier Mates hatte, das war mega hart, ich könnte es jetzt sagen. Oh 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 oh, und alles. Damit sind die Mates hier gegen Godpla gleich. Ja, wie gesagt, das ist halt die Sache. Äh, ansonsten, äh, hab ich noch was zu erzählen, wie gesagt, OPS muss angesprochen, mit dem Fuß angesprochen. Äh. Achja, äh, wollt ihr eigentlich schon mal operiert? Und wenn ja, äh, war es schlimm für euch. Also ich muss ja gestehen, ich mag Operation Ängste an sich gar nicht. Sie sind mega nervig, finde ich, zumal, äh, ich hasse es immer, wenn man dann nachher noch die Narkose aufmacht. Das ist so einfach für mich eigentlich das schlimmste Moment, weil man sich einfach so total widerlich fühlt. Wow. Nein, ich hab vergeigt. Äh, sorry. Alle macht immer sorry, danke. Ich hab Boost. Wow, wie ich einfach perfekt zwischen alle durchgefahren bin. Wow. Oh nein, zu rammen. So. Ne. Oh, oh, oh. Nein, zu weit verzogen. Schade. Schade, schade, schade. Wäre ein wunderschönes Zoll gewesen. Ich würd gern noch ein Tor schießen. Noch eins, vor allen Dingen. Hier hab ich ja noch eine Runde, da hab ich noch gar keins geschossen. Na, da kann ich nicht mal springen, leider. Ist halt ein bisschen kacke, wenn man halt zu lange in der Luft ist, dann kann man nicht mehr nach vorne jumpen. Ja, was eigentlich an sich physikalisch logisch ist, aber es ist einfach nervig, nur gut physikalisch logisch, auch mit einem Vaketenschub fliegen zu können. Das ist auch so. Ohne Flügel und so, wisst ihr. Dann müsste das hier wirklich schon eine richtige Turbine sein. Dann müsste man eigentlich einen Tank und einen Motor haben, der... Oh, nein, er hat mich gerammt, ich kann ihn nicht... Wow. Ja, was für eine Parade, kannst du laut sagen, ey. Wow, ja, da kann ich jetzt nichts für, da hat er mich gerammt. Äh, das hat man kein Problem, man hat kein Problem. Ja. So. Hm. Ja, ja, ich was auch trotzdem. Vor allen Dingen, Operationen, da ist aber der Körper kaputt, da muss jetzt einer um die rumschnibbeln, um es wieder in Ordnung zu bringen. Oh fuck. Uh. Oh, ich war zu langsam. Nervig, wenn man zu langsam ist. Ich will doch noch ein Tor, ich will auch ein Tor schießen. Alter, Alter, Alter. Meine Mates sind ja richtig gut drauf, Alter. Die sind 50.000 mal besser als ich. So, nochmal hier ein bisschen. Äh. Oh, den hab ich sogar gesaved. Nice. Naja. Also mit denen ist ja wirklich geil zu spielen, muss ich mal sagen. Da können die richtig schon Geschwindigkeit aufbauen beim Play. Mach du. Okay. Gut so. Äh. Oh, da ist ein Wald geflogen, aber nein. Ja. So. Ich geh einfach mal zurück. Ein bisschen Backup. So. Erstmal wegkommen die Scheiße hier. Okay. Da stand ich falsch und da war keiner. Wie geplant. Genau. Ja. Da war er weggeschubst. Ich stand falsch. Konnten wir nichts machen, aber ich konnte meine Position nicht einfach jetzt ändern. Äh. Bumm. 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 Zack. Äh. Hat er natürlich leider. Bumm. Is'n hier aufs Gameplay konzentrieren, ey. Nice. Batsch. 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 durchgesetzt ich habe leider kein boost oder so schade aber wenn eine volle ich bekommen aber ich bin nicht letzter von den punkten her das war schon mal schön ich habe zwei schüsse abgeliefert hab ich gar nicht mitbekommen ach ja ach ja so zwei jetzt vielleicht noch mal eine chance ich muss hochkommen nein schade aber weil das so wenig ist häng ich noch eine runde dran so schon eine neue runde drin und jetzt habe ich glaube ich die gerade meine mates als gegner das ist natürlich super also wir werden richtig hart losen konnte ich meist man ein tor doch nicht ich muss ja ich habe zwölf wo ich bin ein gott ich natürlich nicht aber ich brauche ein boost spiel ich habe fünf boost 17 boost und mache ich denn da und mein gott ich habe einfach die falsche taste gerückt hallo scott mates wir sind zwar immer unterlegen das weiß ich auf jeden fall aber wir können trotzdem packen vielleicht und deren spießt mich auch nicht perfekt wenn der ins reingang hätte ich gelacht jetzt mit den krassen mates mache ich keinen netzigen treffer rein und jetzt mit den billigeren schade aber immer ein tor schuss ey wir haben ein tor nice jetzt werde ich mich auch aufs gameplay konzentrieren düt 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 bam Nein, ich trafe jetzt nicht besser. Fällt mich einfach jetzt inzwischen warm. Wenn er es zur Runde war, war ich einfach nicht aufgestimmt gewesen. Jetzt habe ich drei Rundchen gespielt. Das bin ich guckig wahr. So. Lass wir die mal holen. Mal für den. Outplate. Der geht leider nicht. Oh, wunderbar. Bam. So, für den Fallage machen. So, erstmal so. Bisschen Boost vielleicht ergattern. Oh, ein bisschen Boost, ein bisschen ergattert. Ah, schade, nicht erwischt. Hätte ja klappen können. Wo ist unser... Oh, er hat sich ausspielen lassen. So nice. Und wow. Habe ich jetzt gerade das Tor gemacht? Ich habe schon gerade das Tor gemacht. Scheiße. Weil ich dem Typ dagegen geknallt habe, oder? Warte mal, schau mal hin. Das kann man nicht sehen. Wow. Na egal. Katsch. Woll. Nice. Wenn man einen Tor schusslos machen kann, kann er eigentlich. Aber gut, sagen wir, die müssen ein paar vorwerfen. Woll, was passiert hier? So, oben noch ein schöner Pass. Und der trifft ihn nicht. Der trifft ihn einfach nicht. Alter, so Zuckerpass. Ein Zuckerpässchen. Oh, jetzt kommt, glaube ich, die D4C. Boah. Nee, den kannst du nicht saven. Obwohl, den kannst du schon saven, aber ich glaube, der hat mich eher weggemacht. IC. Hä? Nice. This. Schade. Balltouching ist, ey, zu stop it, weißt du? Was labbert der? Oh, der hat den getroffen schon, ne? Ich hatte mein Team erst gelobt gehabt, ne? Und jetzt sowas. Egal, wir waren ja klasse, die Runde eigentlich verdienen werden. Aber gut. So, und, und, und. Ich auch nochmal rein. Hui. So, du bist. Nice. So, was kann er da? Und er geht rein? Nee, doch nicht. Oh, wow. Ja, das wird jetzt abgefrühstückt. Jetzt kommen echt die... Am Anfang konnten wir sie überraschen anscheinend, aber jetzt, äh... Ja, kommen halt die Defizite unseres Teams zustande. Bam. Ach, deiner ist Eis. Ah, okay, dann meint er ja damit. Nope. Nee, nicht erbischt, nee. Leuchtpumpung nochmal weg. Das ist halt eigentlich eine Volledged von meinen Mates. Werden nicht für euch die Haarschkirchen kriegen. Ja, da kann ich nicht ran. Was soll ich machen? Puh, wie sie sich flamen gegenseitig. Oh mein Gott. Jetzt haben wir noch flamen die anderen. Gar nicht. Aber komm, bis zum gleich. Und der ist auch dran. Juhu. Wow. Was für ein Spiel. Oh, er lieft. Oh, er ragequitty. Scheiße, ich hab mich auf meinen Boost geachtet. Ich war gar nicht zu sehr, äh, eigentlich vom Chat abgelenkt. Aber gut. Äh. Ja, das heißt, der Kind nicht, wie er sich verhalten hat. Aber, naja, ragequitty halt, ne? Ach, danke, danke, meh, danke, Bot, dass du mich ausspielst. Warte, ich bin zu pflanzern. Wer jetzt ausgewiesen wäre, wäre jetzt noch reingekommen. Aber vielleicht hätte er jetzt auch das komplette Spiegel, ragequitty. Vielleicht hat er jetzt auch gerade die Deinstelliert. Wäre natürlich schön. Machen wir ja mal ne volle. Ich wollte mal ein Rückwärts-Tor machen. Bam. Ohne mich, Alter. Oh, ich hab den Boost herbekommen. Nice. Da ist er. Und, ja, Eis macht ihn natürlich nicht, weil ich da... Oh, er macht ihn doch. Er macht ihn doch. Wow. Er macht noch ein Tor. Woo. Habe ich aber jetzt am Ende noch mal ein bisschen aufgedreht. Oh, ich bin sogar MVP. Bei uns zumindest. Ja, den Gegner natürlich nicht. Oh, ich hab einen richtigen Abstand bei den Punkten, was mein Team angeht. Krass. Woo, ich kann fliegen. Woo. Komm. Ach, der ist nicht drin. Der schießt gar nicht drauf. Ja. Und die haben jetzt noch nichts machen, ne? Die Runde können wir auf jeden Fall unter keinen Umständen mehr gewinnen. Selbst wenn wir jetzt eine Z-Tor machen würden. Das ist nicht möglich, mehr ist jetzt mehr zum Z-Punkt. Oh, ich hab da verschätzt. Oh ja, streichel meinen Rücken noch mal so hart. Ich hab den Boost bekommen. Und ich feile und der geht auf. Und dann haben wir verloren. Und wir schreiben einen GG. So, gut. Und dann sehen wir uns in nächsten Folge wieder. Hattet rein. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.